also ich wollte den jumpbett der busfahrer bedanken wo gehen wir? äh egal hast du das gemerkt, Schatzi? gut, hast du mal an ja das ist wie, naja äh keine Ahnung, geh mal gleich da runter scheiß drauf gleich unter uns ich nehm das kleine Haus hier ja, ich geh hier aufs Dach das ist schon eine Waffe fahrrad ja, man wie geht dann machen doppelgang ist was für dich wenn du brauchst da kommen ganz viele runter ok mal ich komm Der ist down Soll ich den befragen oder direkt töten? Töten, töten Der ist down Alter Build break Das ist eine Muni, Alter Down Da kommt noch einer Das ist eine Muni, Alter Das ist eine Muni, Alter Alter Ich nehme den Biggie hier, ne? Ja Oh ja Da kommen wir zum Tresor gehen Ja Shotgun Das ist kein Shotgun Sag mal, wo ist mein Shotgun jetzt? Ich habe hier keine Waffe aufgehoben Da, habe ich Hopla Ist irgendwo unten, das scheiß Tresor Aber nicht da Auf die andere Seite bestimmt Warte, ich komme wieder hoch Ah, fuck Oh, hier ist was Ich hatte markiert, wo der Eingang ist Pass auf Die Finger schießen Ja, habe ich jetzt auch gemerkt Kaufschütze Das brauche ich nicht Das hier Mach mal so Wenn ich auch Da kannst du deine Waffen noch verbessern, gell? Ja Kann zwar mit dem Ding nicht umgehen, aber Besser haben und nicht brauchen Das geht brauchen und nichts haben Genau Puh Fresh Munition Hast du so eine Waffe? Warte Mit Visier Ja, ja Aber das ist sehr gut Jedes Mal selber die Slots switcht Diese Krankheit Weg mit dir Da ist meine Shotgun Da brauche ich den nicht Ich nehme da die Medicis da vorne Ja Was irgendwas sein sollte Da kann man uns auch heilen Okidoki Gucken, ob wirklich alles hier weg ist Oder schon eine Truhe Ja, kannst du dir holen Bitte irgendwo geschossen Oh, hier eine Guter Shotgun Gold sogar Naja, brauche ich nicht Kannst nehmen Naja, brauche ich nicht Das ist es ja Ich habe schon alle Die Waffen, die ich brauche Ich habe irgendwo da hinten Schüsse Ja Oh, mehrere Schüsse Alter war sehr, sehr weit Das war schon der Grenze der Zone Ja Boah, der ist ein Sniper ohne Visier Ja Ja, hinter den Stein ist gleich einer Ja, ich habe ihn gesehen Einen habe ich Das ist ein Sniper ohne Visier Das ist ein Sniper ohne Visier Hier ist noch irgendwo einer Ah, hinter dem Baum, Alter Hinter dem Baum, Alter Wenn du nicht markierst, weiß nicht, wo ich gucke muss Ja Alter Der war im Zappeln wie so ein Tier Ja, deswegen Man schießt und man springt Hier ist wenig Muni Ja, aber wir müssen langsam in die Sonne laufen Die Sonne geht gleich los 10 Sekunden Und wir haben einen langen Weg Wenn wir noch Gegner auf dem Weg finden Ist auch ein bisschen Scheiße Dann Alle Waffen Nein, bei Nachladen Ja, du bist voll Jetzt bin ich auch voll Wetten, das Gebäude ist auch viel los Mit Sicherheit Der ist da, wo wir waren schon Oha Hier ist jetzt die Zone Hier ist nix Dann laufen wir weiter Hinter das Haus Gehen wir da drin? Nein Reste Zug Da habe ich mich jetzt erschrocken, dass der Gegner schiesst Ja, habe ich auch gedacht Wow Ich kann mich nicht Jetzt kann ich mich nicht Ah, jetzt Alter, ich konnte mich gerade nicht mehr bewegen Toll Das ist schon ein bisschen komisch, ey Das sind die ganzen Leute Da Nein, nein Ah, nein Ah, nein Ah kommt ja auf das ist nach unten gegangen was schon in bewegung bleiben scheiß sniper aber wie eine richtige visier ist man nicht mehr richtig auch nichts anständiges ich mein scheiß munition hätte ich gefeiert da ist ja verdammt wenig ja das hast du auch nicht gelohnt ja was ist eine autofendung Gucken ob jemand reagiert Da vorne Ja lol Da vorne Komm mit Stein Da vorne auf der anderen Seite Nein, verpasst auf, da wo ich markiert habe Oh, andere Seite Kill track Down Perfekt Ja, da habe ich auch keine So, vor welcher Waffe brauche ich auch schon Munition Äh, ich habe genug Okay Dann kann man wieder ins Auto zurück Alle Waffen nachladen Da ist auch noch Munition Und hier Wo ist die Karte? Da Ja, da ist die Karte Ja, da ist die Karte Ja, da ist die Karte Hallo Leute Da war nicht raus. irgendwas damit geschossen das steht was auch von hinten down gg Ein Zweiundzwanziger! Wie viel hast du? Matchstatistik? Hier! Ah ja, siehste? Geile!